Hallo? Ist jemand da unten? Jun E. Lee ist eine entschiedene Stimme in der Anti-Establishment-Bewegung. Diese Sache, das bildest du dir nur ein. Wo wollen Sie mit meinem Zeug hin? Hallo? Die extreme Hitze dauert den fünften Tag in Folge an. Lasst mich in Ruhe! Ein weiterer Brief des Mörders. Er versprach noch mehr Blut vergießen. Es ist so, als ob da jemand ernsthaft versucht, mir Angst zu machen. Ja. Bei der Hitze drehen die Leute da draußen durch. Unsere Nachbarschaft verändert sich. Haben Sie gar nichts gelernt, während Sie von hier oben aus dem Fenster schauen? Vielleicht ist das sowas wie ein Ruf. Aus den Gossen von New York. Nach draußen zu gehen, dich deinen Ängsten zu stellen. Das hier ist etwas viel Bedrohlicheres. Bis zum nächsten Mal. Felsiotschern Bis zum nächsten Mal.